Fenix und Sterma zusammen Nee, ich bin woanders Boah, 400 Daping Leute, läuft bei mir Ja wenn du downloadest, ist es kein Wunder Nein, wir sind auf den Oceanic-Servern Weil Casas das noch nicht drauf hat, mit nicht auf Oceanic zu gehen Ach so! Jetzt hab ich gar nicht gehofft, wie meine ich Wir sind auf Oceanic Okay Ja, okay, ich vergiss es, das ist ja Ah wie geil Hä, was? Wir kommen in der Katastrophe Heute stehen alle auf dem Berg, okay Hä, warum... Oh, sorry Leute Hä? Warum hab ich denn so einen Kack drin? Es geht immer am Lieder Ja Jetzt bin ich auch besiegbar Du hast das ganze oben rechts bei dem Bild, wo er aufgeführt Habe ich gesehen Ja, hier könnte ich ja draußen stehen alle auf dem Berg und feiern hier runter Ja Und hinter uns wird gecappt Ich weiße, jetzt hab ich den... Er ist echt aufpassen, die steht da alle auf dem Sniperhill Ihr kleinen Egoisten Ich hab nicht geflucht Wieso wird... Großen Egoisten Aber es kostet mich ganz schön viel Oh oh, ich komm nicht so hier Oh oh, ich komm nicht so hier Jetzt haben sie mich bemerkt, oder? Ja Irgendwann sollten sie mal begreifen, dass da jemand auf dem Kettpunkt steht Wenn es aufleuchtet und blinkt, aber... Ich glaub, die kommen gar nicht Nee Gut Aber wir können gleich hoch und da was tun Ja, ja Ich bin gleich auf dem Weg Oh, der dafür ist... Das war ein bisschen blaues Ist blau Gut Hat jemand die wohl wieder? Somme Ein Hellfire Ja Ja, das ist ja noch ein Direwolf, wenn ich mir liere Das war Jules Ob der jetzt unbedingt hinter mir sein muss Alter, die geile Verzögerung mit den Raketen ist ja cool Im Schieß, es trifft Ich krieg gar keine Tage, Alter Äh Nicht direkt drauf zu laufen Passt auf Die treffen nichts Die treffen dich nicht Wir sind für die wahrscheinlich nur am rumhüpfen Boah, kannst das gehen So lass ich mir die Kills gefallen Ja Ohoho Oha Dann können wir noch eben Kappa gappen Hey Kappa Kappa Hey Kappa Kappa Hey Kappa Kappa Hey Sexy Ice Krass, die haben mich ganz schön fertig gemacht Mit Sahne Sexy Ice Banane Cool Wieder Schuss Ein Treffer Ein Treffer Ein Treffer Geh doch mal rein da ins Target Was gibts doch nicht Denk an den Leg Mach diesen kleinen Fuzi weg Denk an den Leg Denk an den Leg Ganz woanders als wo du sie siehst Was, ist kein Fuzi? Oh no Ach, wahrscheinlich das neue Meta Oh Ja kannst doch richtig rocken wenn du willst das hat ihm nicht gefallen der findet mich scheiße ich bin drin ich gehe drauf auch geil das war gut arktik wolf kraft der laufe doch nicht ja die tippe dem hinter dir gleich was kommt ne war eben reif genau wie hat er mich getroffen mit laserbeams an die hat diese entcheats wie ich ne dann wo ist der letzte ist mir erstmal egal wir müssen punkte machen wir liegen hinten wo gehst du hin mhm epsi i guess i guess please take sigma come on mach du exp ich verteidige center und reagiere dann wenn einer auftaucht bei gamma kann es nicht gehen hier im center dort nachgesehen also main city ist auch auf wir müssen uns halt spannend halten hier ne ja ja deine seismic nichts kann eigentlich fast nicht beschossen werden aber macht keinen sinn gamma zu gehen was ich will darauf reagieren wenn der irgendwo auftaucht mhm wir machen die punkte wir liegen vorne wahl wahl auf gamma rennen wenn der jetzt auf sigma einen killt und dann sie über sigma übernimmt und danach zu kappa geht wir sind in front wir sind ganz weit vorne ich bin ja der typ der hier eine flache was killen kann du bist ganz weit vorne absolut well klasse und wenn das nicht nein das will ich gar nicht hören so ein schwarz sein das ist ja totale lügerei der haste hat noch rückenpanzer rum würdest du etwa sagen dass du dieses lied kennst von einer kölner band nö kennt keiner dachte ich mir nicht so look for a mate that's plain dead i defend the center der wartet wahrscheinlich jetzt auf gamma und knallt den gleich ab ne mhm oder er ist auf dem sniper hin und chillt da um ne das ist da sind wir durchgerannt als nichts mehr aber das mangera ist mir noch da mangler hier weggeschnappt hat das finde ich ja übel ne skill also bei dir mangelnder skill da läuft er ja wo delta 3 Richtung delta 3 in urbanback let's go gut gehen wollt ist habt ihr echt gut aufgeholt ich lag nie hin also mental war ich auch immer am führen die hilfe kam leider zu spät